Hallo zusammen, ich habe neues Planted Stuff, und zwar quasi gewürzte Chicken Planted, die ja mit diesem speziellen Verfahren, mit diesem Ziehverfahren gemacht wurden. Es sieht dann wie Hühnchen aus und es schmeckt auch wie Hühnchen. Und jetzt mit Gewürzen bin ich mega gespannt wie das jetzt schmeckt und das probieren wir jetzt mal. Richtig gut. Göttlich. Und zwar. Prenches. Lieber. Mega.